Hier habe ich einen überaus eleganten Chardonnay aus Südafrika. Ich habe viele südafrikanische Chardonnay-Weine schon probiert. Die meisten waren zu fett oder klirrten vor Säure. Dieser hier hat mich endlich wieder überzeugt. Er hat eine schöne, frische Zitrusfrucht und am Gaumen eine feste Säurestruktur. Sein Abgang ist angenehm frisch. Das ist ein erstklassiger Chardonnay, der dennoch preiswert ist. Das ist ein erstklassiger Chardonnay.